Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Außerdem sollten wir auf Angriffe aufpassen. Der Krieg mit den Songen ist in letzter Zeit noch intensiver geworden. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ein Wasserbüffeljoch wird benötigt, um Gestein ins Vorratslager zu befördern. Eure Hoheit. Unser Reißbestand nimmt ab. Hoheit. Ihr benötigt Holz, Hoheit. Wir brauchen mehr Holz dafür, Hoheit. Nicht genügend Waren. Wir haben fast keinen Reiß mehr, Hoheit. Wir brauchen mehr Holz, Hoheit. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Vorsicht, das Ding ist geladen. Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Hoheit. Raketenwerfer wartet auf Befehle. Der Raketenwerfer kann abgefeuert werden. Wo soll das Feuerwerk stattfinden? Hoheit, die Jugendlichen in der Gegend wurden mit illegalem Feuerwerk erwischt. Ich mache mir Sorgen, dass sie eines Tages für richtigen Schaden sorgen könnten. Der Raketenwerfer kann abgefeuert werden. Eigentlich würde ich lieber keine Steuern zahlen. Aber immerhin sind sie gering. Unser Reißbestand nimmt zu, Hoheit. Sire, ein Feuer ist ausgebrochen. Gebäude stehen in Flammen, Hoheit. Lass die Krähe fliegen. Vorsicht, das Ding ist geladen. Hüllt sie in Flammen. Hüllt sie in Flammen. Der Raketenwerfer kann abgefeuert werden. Endlich ist es Zeit für das Jingming-Fest. Hüllt sie in Flammen. Hüllt sie in Flammen. Wir haben die Situation gut. nicht genügend arbeiter zur verfügung um dieses gebäude zu betreiben hmm Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Wir haben fast keinen Reis mehr, Hoheit. Der Feind greift an! Das war's für heute. Das war's für heute. Das macht mir große Sorgen, Hoheit. Wir haben so viel Schießpulver hier rumliegen. Das ist gefährlich. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Wir haben fast keinen Reis mehr, Hoheit. Der Feind greift an den Jungs. Noch eine Person benötigt. Das ist das Wettbewerb. Oh nein, wir werden lange brauchen, bis wir uns von der Explosion erholt haben, Hoheit. Ich hasse diese neumodische Technologie. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Hmm. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Siere, ein Feuer ist ausgebrochen. Gebäude stehen in Flammenhoheit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 governors dai'urre, 2020 Das war er. Der Mann. Der Mann. Der Mann. Untertitelung. Der Burgherr wird angegriffen. Sire, ein Feuer ist ausgebrochen. Gebäude stehen in Flammenhoheit. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Wir werden angegriffen. Ein Gebäude ist explodiert. Hier fühle ich mich wie ein König, Exzellenz. Hier fühle ich mich. Schießpulver. Das bringt uns irgendwann mal um. Noch eine Person benötigt. Der Feind greift an. Die Kinder sind geladen. Lass die Krähe fliegen. Das ist eine neue Angelegenheit. Das ist eine neue Angelegenheit. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Nicht genügend Waren. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.